ich will heute hier ein paar super famicom spiele spielen ja und zwar habe ich ja vor einiger zeit ein unboxing gemacht mit 40 kilo kam den ich aus japan importiert habe und da waren sehr viele spiele dabei und ich hatte auch noch spiele von vorher wo ich nicht weiß was das für spiele sind und bevor ich die jetzt einfach alle hier bei mir im schrank verstauben lasse oder bevor ich sie einfach verkaufe und dann sind da doch irgendwelche coolen spiele bei die ich vielleicht selber behalten möchte habe ich gedacht spiele ich die spiele einfach mal an und zwar habe ich mir jetzt hier erst mal 11 spiele rausgesucht warum gerade 11 weiß ich nicht und die will ich anspielen ich fange an mit diesem spiel das habe ich in verpackung und es heißt deshalb das ist sogar das erste einzige spiel rausgesucht habe wie es heißt und zwar es heißt mini jonku shining scorpion let's go racing oder so mini vorwildreif gespielt wird auf einem original famicom der hier neben mir steht und ja da fangen wir mal wieder an press start wie gesagt ich kann kein japanisch was bei vielen spielen wahrscheinlich zum problem wird und dann auch dazu führen führen wird dass ich sie verkaufe das spiel keine ahnung ich nehme mal das erste ich drücke okay also ich kann ja offensichtlich einen namen oder so was eingeben hier ist ja nicht so wichtig keine ahnung was ist das jetzt hier und sieht man gelb ist zurück und rot ist wahrscheinlich weiter der letzte die letzte option war eben gerade ganz kurz zum entwenden okay ein racing game soll es sein dass ein auto drauf für mich ist es jetzt eigentlich schon ein bisschen viel japanischer text okay ich kann dir nichts machen ich kann nur rumlaufen ich kann auch nicht über die straße also über zebrastreifen gehen geht aber hier kann man nicht die straße nicht drüber gehen ich mache nichts Fahrradhelm geschaut, da sind Autos abgebildet Also eigentlich würde ich das Spiel jetzt schon wieder weglegen weil es mir eigentlich zu viel japanischer Text ist und ich somit von der Story echt nix verstehe aber ich bleib mal noch ein bisschen dabei Es soll ja ein Racing Game sein Von Racing ist jetzt nicht viel Ich habe auch keine Option hier Ich mache nur A, A, A Okay, das sieht aus wie ein Racetrack Okay, hier kann ich ein Auto konfigurieren Y habe ich gedrückt Jetzt bin ich wieder raus, okay Ich weiß nicht, Arne hat glaube ich viel zu tun heute Der kommt glaube ich nicht dazu Der hat glaube ich heute keine Zeit Zur Not Wenn er Zeit hat, dann hole ich ihn noch irgendwie dazu in den Call hier Das kriegen wir schon irgendwie hin Okay, das ist offensichtlich hier das Rennen Ich weiß nicht, was ich hier machen muss Okay, ganz ehrlich, dieses Spiel, da verstehe ich absolut nichts von Das schmeißen wir mal ganz schnell wieder raus Das Spiel war nix Aber es ist in einer sehr gut erhaltenen Verpackung Daher werde ich auf jeden Fall mal gucken, was das auf Ebay so bringt Ob es sich lohnt, das zu verkaufen Also für mich zum Spielen ist es jedenfalls nichts Das nächste Spiel Ich packe es einfach rein SHVC-9K Gambling Las Vegas Oder so Universal Special Lesson Mode Das ist eine Slot Machine Okay, mit B schmeiß ich da Geld rein A macht nix Y macht nix X macht nix Start macht auch nix Schulterbuttons machen nix Ich hänge hier fest Ich tue mal Reset Nee, 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 wegen was Wegen Slot Machines Oder wegen diesem komischen Autorennspiel Was kein richtiges Autorennspiel war Ich mache das zweite Ich kann Geld reinschmeißen, aber das war's Ist mein Controller kaputt? Aber eben konnte ich den ja auch benutzen Wegen des ersten Spiels Ja, das erste Spiel, das war auch nicht so Geht nicht Hier passiert nicht so viel Wieso geht denn hier Start nicht? Das ist doch auch wieder ein komisches Spiel Ich probiere jetzt mein Story Mode Ah, nein, ich wollte es doch nicht mal Ah Ich wollte es doch nicht mal Ah Nein Ah 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 Nach unten drücken Das ist doch Ich muss jetzt eine Münze einwerfen Ja, das mache ich mit der B-Taste Und mit Y Mit X halte ich den mittleren an Mit Y den linken Und mit A den rechten Aber das ist doch kein Spiel Ich meine, das ist ja schon In der Spielhalle In Las Vegas oder sowas Das ist ja schon bekloppt genug Sowas zu spielen Aber da kriegt man wenigstens Geld hinterher Ich meine, wer will denn sowas als 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 Videospiel spielen Ne, komm Weg Obwohl Vielleicht ist das Story Mode ja ganz gut Willkommen Exit Data Exit B Da war ich wieder da drin, ne? Exit A Ja, another Hast recht Anderes Spiel Weg Das ist Von Bandai Das nächste Spiel Und Da habe ich noch ein bisschen drüber gelesen Mobile Suit Das funktioniert nicht Die Spiele sind natürlich Ein bisschen älter Ja, schade Okay, das Ist das so dreckig? Na, da muss ich vielleicht mal mit Alkohol ran Da funktioniert nix Ich probiere das vorherige nochmal ganz kurz Ob das Das geht noch Okay, das liegt dann an diesem Spiel Ja, das Spiel funktioniert nicht Okay Derby Stallion 2 Ähm Da ist ein Pferd drauf Naja, nicht auf die Cartridge pusten Das macht die Kontakte kaputt Nein, ich habe, ähm Alkohol Habe ich da Ähm, dann mache ich das mal sauber Und ich mache das wahrscheinlich Nächste Woche nochmal sowas Ich habe keine Ahnung, was hier anklickt Ich klicke einfach irgendwas an Ähm Ich habe jetzt ein Pferd gekauft Vielleicht 700 200 Oh Okay das videorekorder kann ich irgendwas machen um die pferde zu beeinflussen wenn ich was drücke beeinflussen kann ich nichts glaub ich das ist doch auch kein kein schönes spiel die grafik ist schön ne komm das ist auch nichts dieses spiel das nächste spiel heißt cosmo gang the puzzle von the puzzle erwarte ich mir natürlich schon dass es ein ein puzzle spiel ist und das hat ohne japanisch funktioniert aber das funktioniert gar nicht wieder das ist doch ein jetzt ist die kamera unscharf blablabla remix irgendwas wieso funktionieren denn diese ganzen spiele nicht das riecht mich jetzt nicht auf magic adventure screen turf hero ich packe das mal alle nach und nach rein funktioniert das ist doch bekloppt turf hero ist auf der pferde spieler wird continue auch nicht kontinuier vielleicht nicht ganz so schlau schön guten tag las new game mein ist das ein bisschen auf englisch hier ja ich hatte gedacht turf hero wäre vielleicht mit golf spiel aber so du erinnerst dich an das unboxen ja ich war ich erinnere mich nicht an das unboxing ok wahrscheinlich wieder namen bekommen end namen ist egal end whatever übersetzen kann ich nicht hinten steht end das heißt ende moin gummibande ich weiß nicht was ich hier eingeben muss ich glaube ich bin hier stuck yes war lustig dass du dir teilweise auf englisch und was habe ich jetzt gemacht auto fahren kalender computer pferde verkaufen pferde wegfliegen wirklich viel bringt das nicht kommt das spiel bringt auch nichts wenn man das nicht lesen kann dann bringt das auch nichts so ein spiel zu spielen beim nächsten spiel keine ahnung tony da ist eine kleine freiheitsschatz abgebildet drauf und eine amerikanische flagge und es funktioniert nicht und es funktioniert auch nicht mystery circle next wieso funktionieren die ganzen spiele nicht funktioniert auch nicht super feier pro wrestling bild bleibt blau das ist doch geklappt ich nehme jetzt einfach mal andere spiele aus der box ich habe ja noch 30 andere spiele hole in one das ist ein golfspiel wahrscheinlich auch nicht auch nicht tja ja sie nicht gehen zu rennen verschicken ja genau die muss ich einfach mal aufmachen und einfach mal ein bisschen mit alkohol reinigen und dann werden die auch wieder gehen hoffentlich aber das hatte ich eigentlich jetzt nicht vor sondern ich wollte jetzt eigentlich irgendwas spielen und irgendwie klappt das hier alles nicht das ist extrem frustrierend gerade guck da funktioniert ein spiel das ist das spiel von hatzen mit dem kleinen dino ja drauf so ich muss nur merken welche nicht funktioniert haben die da liegen und die auf dem tisch liegen weil das nicht funktioniert den kenne ich tatsächlich diesen charakter also den habe ich schon mal gesehen der als man kopf kopf greift also das spiel ist wenigstens spielbar jetzt habe ich Fleisch gegessen und jetzt bin ich so böser geworden ich habe einen schönen Tag genau wahrscheinlich so ist wieder zu mario sterben darauf also der ist nicht so schön steuerbar wie mario was ist das jetzt hat er sehr lange zu ok das spiel ist auf jeden fall ohne japanische kenntnisse spiel war das ist schon mal ein vorteil er gibt ja ja meine ich auch ich will noch sehen was hier passiert und dann lege ich das spiel auf den kiel auf ja die musik ist ganz lustig das stimmt die in der mitte sieht auch so ein bisschen wie lisa simpson da ich habe keinen was das soll hier egal das spiel behalte erst mal das kommt auf den behalten haufen dem halten haufen mache ich mal hierhin die hatte ich schon alle super irgendwas keine ahnung es funktioniert oder funktioniert auch nicht das ist ja eine spaßige veranstaltung ist mir echt leid sim city sim city kenne ich tatsächlich aber hauptsächlich vom pc von früher von dos und ich weiß nicht ob es spielbar ist wenn man kein japanisch kennt also diese version ob das wohl mit der morsch spielbar ist bitte residential haus hier wahrscheinlich schön die fabrik auto 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 app App. Okay. Jetzt will ich da raus. Start, select, B, A, A. Ja. Keine Ahnung. Fire Department vielleicht mal hinbauen. Ich will jetzt hier natürlich nicht die ganze Zeit irgendwas spielen. Und da ist schon Fire Department. Also bis jetzt sieht das spielbar aus, ne? Und daher würde ich sagen, das kommt erstmal auf den Verhalten. Verhalten auf dem Powerlines. Powerlines hier. Ist das noch nicht angeschossen? Ja, es ist ganz schön bunt. Also ich habe es auch nicht so bunt in Erinnerung. Man kann doch hier auch irgendwo oder war das nur mit Cheat, dass man Katastrophen machen konnte. Aber da ist die Katastrophe ja nicht so schlimm. Da ist das Haus ja nicht so zueinander. Ja, SimCity ist spielbar offensichtlich. Kann man also behalten. Das ist schon mal cool. Funktioniert wieder nicht. Das ist eigentlich super. So ein Fußballspiel. Derby Stallion 3. Kann hier ja nicht genau so. Kann hier ja nicht gleich weglegen. Aber ich würde wenigstens gucken, ob es läuft. Nein, es läuft natürlich nicht. Excite Stage 94. Auch ein Fußballspiel. Bei dem auch wieder nichts passiert. Das ist doch ein Müll. Jetzt liegen hier ganz viele Spiele rum. Super Soccer 95. Ah, die ganzen Fußballspiele, die liegen zusammen. Weil ich nämlich irgendwann mal überlegt habe, dass ich ja mal alle Fußballspiele, die ich für das Super Nintendo oder Super Famicom habe, vergleichen könnte. Und deswegen habe ich die alle... Das Spiel hatte ich doch gerade schon mal. Das habe ich doch hier irgendwo schon mal gehabt. Ja, das habe ich doppelt. Ha, sehr gut. Funktionieren beide nicht, aber doppelt. Gut zu wissen. Genau, also die Fußballspiele wollte ich eigentlich alle mal vergleichen. Also ich habe auch irgendwie das FIFA 96 war das, glaube ich. Eins der ersten FIFAs. Oder sogar das erste FIFA. Das kann doch nicht sein, dass so viele Spiele nicht funktionieren. Vielleicht waren die deswegen so billig. Sogar Super Mario World funktioniert nicht. Dann ist es ja ganz gut, dass ich... Das sollte jetzt Final Fantasy sein. Dann ist es ja ganz gut, dass ich gar nicht erst versucht habe, die so zu verkaufen, wenn sie nicht funktionieren. Nein, ich teste die Spiele natürlich vorher. Normalerweise, bevor ich sie verkaufe. Nicht unbedingt auf Spielbarkeit für mich, aber auch auf Abspielbarkeit. Und ich habe auch so ein paar Tricks, was heißt mal, ein paar Tricks Alkohol oder auch Polierfolie. Poliercreme. Okay. Mit dem man die wieder heile machen kann. Final Fantasy bin ich absolut kein Fan von. Weil ich genau das nicht mag, diese random rundbasierenden Angriffe. Ähm... Das ist jetzt Final Fantasy 6. Wollt ihr Final Fantasy 7? Keine Ahnung, was ich hier mache. Nee, komm. Das Spiel kann... Also, das funktioniert, aber ich kann es nicht spielen, weil ich nicht verstehe, was dort steht und ich auch kein Fan von diesen rundbasierenden Spielen bin. Ähm... Ein Spiel, was ich habe, das werde ich jetzt auch nicht anspielen. Ähm... Wo ich auch noch nicht genau weiß, was ich damit mache. Wahrscheinlich an jemanden, der sich mit Videospielgeschichte beschäftigt, das geben. Das ist A Great Strategy Expert. Ja, da ist ein deutscher Panzer vorne drauf. Und bei diesem Spiel habe ich gesehen, bei einem Review, spielt man den Zweiten Weltkrieg aus Sicht der Deutschen nach. Und das ist ein Spiel, was ich nicht spielen möchte. Ähm... Ich möchte aber auch nicht, dass das in falsche Hände gerät, deswegen werde ich es auch nicht einfach verkaufen, sondern... gucken, was man damit machen kann. Dieses Spiel ist, äh... Dragon Quest 6. Ähm... sehr viel Text... wo man wieder... also, wo ich nicht weiß, was ich da mache. Könnt ihr mir vorstellen, dass solche Spiele mir auf Deutsch viel leicht Spaß machen würden. Oh ja, nein. Dass sie mir als Kind Spaß gemacht hätten. Ähm... das waren so mehr meine Spiele. Und deswegen... werde ich dieses Spiel auch jetzt hier beenden. Ähm... das ist auch nichts für mich. Aber es funktioniert. Das ist schon mal gut zu sehen. Ähm... Da haben wir noch mal Final Fantasy 5. Eben war das Final Fantasy 4. Gucke ich mal eben kurz, ob das funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Habe ich... Wird diese... Geht dieses Spiel... Geht unsere Runde hier, unser kleiner Streaming... Streaming wahrscheinlich doch früher zu Ende, als ich gedacht habe. Ähm... Ich hätte eigentlich auf zwei Stunden gehofft. Aber... Wenn die Spiele nicht funktionieren, dann funktionieren sie eben nicht. Und dann kann ich gleich die zweite Stunde nutzen. Ähm... ein bisschen... Cartridges zu reinigen. So, jetzt habe ich hier noch drei Spiele in Verpackung. Die hoffentlich ein bisschen besser erhalten sind und funktionieren werden. Ähm... Das Problem ist bei diesen Spielen, die man hier... Funktioniert auch nicht. Ähm... Ich weiß halt nie, wie die gelagert wurden. Also die sind halt auch teilweise echt versifft und dreckig. Ähm... Ähm... Also die sind wahrscheinlich seit Jahren, Jahrzehnten in irgendwelchen Lagerhallen bei irgendwelchen, ähm... japanischen Gebrauchtwarenhändlern gewesen. Ähm... Aber dass so viele nicht funktionieren, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Weil... Selbst die, die von außen gut aussehen, funktionieren zum Teil nicht. Und das finde ich echt ein bisschen seltsam. Vielleicht ist auch mein Famicom kaputt. Aber dann... würden ja alle nicht funktionieren. Mein super Famicom. Ähm... Tja... Tja... Tja, liebe Freunde. Ein Satz mit X, ne? Das war wohl nix. Da haben wir... Haben wir jetzt doch gar nicht so viel Zeit miteinander verbringen können, wie ich eigentlich gehofft habe. Ich schmeiß mal ganz kurz dieses Spiel da rein und gucken, ob das läuft. Ja, das... Das Nazi-Spiel, das läuft. Hm... Seltsam. Ähm... Tja... Das tut mir jetzt natürlich auch leid für euch, weil ihr habt euch sicherlich auch was anderes hier erhofft. Ähm... Aber... So ist es halt manchmal. Und ähm... Ich werde jetzt mal versuchen, die Tage, so viele von diesen Cartridges wie möglich mal zu reinigen und vorher zu testen. Also zu testen, ob sie wenigstens laufen. Und dann machen wir das Ganze einfach nächste Woche nochmal. Ne? Was haltet ihr davon? Ähm... Ich glaube, das ist so die beste Lösung. Ähm... Und ich hab da auch noch eine Kiste ähm... Mit anderen Spielen. Die können wir dann auch nochmal da reinlegen. Um die ist jetzt ein bisschen weit weg. War trotzdem unterhaltsam. Fand ich auch, Olli. Ähm... Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm... Und Donnerstag wollte ich, ähm... ein bisschen Fighting Games spielen. Ach nein. Wollte ich ein bisschen Fighting Games spielen. Ich weiß noch nicht genau was. Ähm... Und da mein... ähm... HDMI-Upscaler gerade kaputt ist. Und ich weiß nicht nur Super Famicom oder, ähm... Playstation 4 und Xbox 360 und Playstation 3 und sowas spielen kann. Also HDMI-Konsolen. Ähm... ob ich entweder Dragon Ball Fighters spiele, was ich auch auf der Xbox One habe. Ähm... Oder was anderes. Mal gucken. Wir sehen's. Aber auf jeden Fall Donnerstag ein Fighting Game im Donnerstagabend. Und... ja... Gucken wir mal, welches es gibt. Ansonsten Podcast montags immer Borderlands. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! ... Untertitelung des ZDF, 2020